Bundesliga und Champions League Spiele seines Vereins In TTV Gönnern in Hessen Des ersten Satzes Lundquist ja mit einer für Titt Des Skandinaviers Fast alle Insider gehen eigentlich davon aus Taiwan Drei Duelle gegen den Russen verloren Dagegen von Lundquist Seite Mit dieser enormen Rotation von Bolls Bällen nie weggezählt bekommen Aber Boll hat das jetzt erstmal Zumal Jörg Roskopf nicht den allerbesten Eindruck gemacht hat Erfolgreiches Abschneiden in Athen Eine Olympiamedaille, idealerweise sogar der Olympiasieg Deutschlands und späteren Turniermanager des Weshalbweil, Katar und Doha als Hauptstadt dieses Land Hat es im zweiten Satz und Ich muss ja in beiden Partien zwar einzeln bestreiten Wichtig für Boll wäre es wieder gut zu starten Aufschlag natürlich im Tischtennis Trotz diverser Entschärfungsversuche Die Rückhand Längst nicht so gut kommt wie es sein sollte Die Tischtennisspieler sagen Voll durchzuziehen Da hat Boll noch einige Male Der Fehler gerade war symptomatisch Der Fehler eines Spielers, der nicht zufrieden ist mit dem Verlauf der letzten Ballwechsel Entscheidenden Spielen Ich denke Korper Süß Noch nicht ins Rennen schicken Lundquist Nicht sofort anziehen oder zumindest flippen kann Und auch da Gleich wird einer von beiden Matchball haben Und dieser eine ist aber Timo Direkt attackieren können Matchball für Timo Boll Ganz kurz gehalten Dann mit der Rückhand nachgesetzt Und jawohl es hat da noch geklappt Das ist